Noch mal noch rein Noch mal noch rein Leider, Leider, nicht mehr Nein, hat mich reloaded Nein Ich bin nur da Ticket mal, Bruder Letzter Jungle Ach ja, Mann, nicht los Ein abgelöst dann Hi Ja, ich hab hier einen geilen Call, wenn ihr wollt E-Rush Schade Einsatzbedingten, das war wohl nix Wir wurden manipuliert vom Veranstalter Das ist für mich immer Ich gebe immer mein Bestes Ich will auch immer mich von der besten Seite präsentieren Weil das sind Möglichkeiten für diese Spieler Die spielen wahrscheinlich das erste Mal Oder vielleicht das einzige Mal Mit mir Und die sind natürlich auch ein bisschen aufgeregt In dem Sinne, die versuchen sich auch anzustrengen Die versuchen sich auch von der guten Seite zu zeigen Und deswegen will ich denen das Erlebnis so schön wie möglich machen Ich bin nur da 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 Ich bin nur da